Hallo zu einem neuen Video von mir. VW T6 Ambientebeleuchtung 2.0. Natürlich wie immer RGB steuerbar. Ich halte euch mal das Handy hier rein. Ihr könnt die gesamte Bandbreite der RGB Farben über Handy App steuern und nach euren Wünschen auswählen. Ich habe auch im hinteren Bereich, wie ihr seht, einmal die Ambientebeleuchtung verbaut. Einmal im Einstiegsbereich und einmal auf der anderen Seite unter der Verkleidung. Des Weiteren habe ich verbaut, zwei 12,5 Zoll Displays der Marke FETU auf Android Basis, die man, wie ihr seht, schön nutzen kann. Als Anschluss für eine Playstation, für einen Nintendo Switch. Ihr habt die Möglichkeit der USB Anbindung. Ihr habt die Möglichkeit HDMI anzuschließen, Speicherkarte, Micro SD, alles möglich. Die Displays sind in HD Auflösung. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch wenn ihr mal hier hinten im Film guckt, sagenhaftes Bild. Ja, im vorderen Bereich seht ihr das Radio. Da habe ich noch ein Alpine verbaut. Ein ILX-F903D T6. Ganz wichtig. Mit Originalanbindung an dem Fahrzeugcanbus, wo wirklich alle Einstellungen, Heizung, Klimaanlage und auch Lenkradfernbedienung, Multifunktionsdisplay vom Fahrzeug, alles gekoppelt ist. Für Fragen, wenn ihr sowas haben wollt oder wer das eingebaut hat oder wie auch immer, wenn ihr sowas haben möchtet, wo ihr es beziehen könnt, könnt ihr mich gerne jederzeit antexten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst.